Moin! Dieses Spiel, was ich hier jetzt vorliegen habe, das heißt Hitten-Volks. Da geht es wohl darum, alle Personen oder Figuren zu finden, die sich im Spiel in Anführungsstrichen verstecken. Rechts sehen wir rein und raus zu. Umschauen. Durch die Hinweise ist kein. Ah, jetzt weiß ich, was er meint. Hallo? Aha, jetzt habe ich die Einstellung erwischt. Das können wir alles so lassen, denn ich sehe das auf meinem Kontrollbildschirm alles. Das lasse ich dann lieber so zurück. Was gab es da noch? Menü? Hitten-Volks. Ötland, Stadt und so weiter. Tut. Da sind wir wieder bei den Einstellungen. Tut. Gehe ich mal hier hin. Aha, das ist Wald. Gut. Diese Riesenschlange wühlt sich sehr gern durchs Unterholz. Kiki, der Affe. Das dürfte dann wohl der sein. Kiki, der Affe. Das dürfte dann wohl der sein. Kiki, der Affe. Das kann sich mit der Affe. Das war. Die einzige reipe Banane ist noch zu haben. Wie soll man jetzt finden? Keine Ahnung, worum es jetzt wirklich geht hier. Wo ist hier noch eine Banane? Oh Gott, ist das eine Banane? Weiße, da steht extra weiße Banane. Hm, das war es einmal nicht. Ich finde vier weitere Ziele, um das nächste Gebiets vollzuschalten. Das war es anscheinend nicht. Auch nicht. Auch nicht. Oder so. Äh, bling. Aha, das habe ich anscheinend einen gefunden. Jetzt steht da auch eine 3. Gebiets vollzuschalten. Das hat ihm bestimmt Spaß gemacht. Oh, 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 oh. Bling. Also brauchen wir noch einen. Bling. Ah, das war es also. Wage dich in den Dschungel vor. Oh, 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 oh. Oh. Oh, oh. Nickerchen in Baumkronen. Der ist es nicht. Der auch nicht. Der ist es auch nicht. Der ist es nicht. Der ist es nicht. Also Prinzip ist klar. Suchen ohne Ende. Wer also Spaß in solchen Wimmelbildspielen hat, der dürfte hier wirklich auf seine Kosten kommen. Dann warten wir mal, bis er zurückkommt. Das ist nicht. Oh nein. Oh! Ah, dieses Spiel liegt schon ziemlich lange bei mir auf dem Stapel und ich wollte endlich mal gucken, was das jetzt eigentlich ist. Es ist so, wie ich es mir dachte. Suchen ohne Ende. Auch nichts. Da ist er. Manchmal muss man anscheinend auch welche hier irgendwie... ...befreien oder was weiß ich. Hm. 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 A bird. Hm. 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 Bling. Ah, bling. Hm. 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 Ah, tring tring. Hallo. Hm. Du. Du. Ja, das wollte ich mal angespielt haben. Und wer Adresse an sowas hat, der kann hier so wie ich gesehen habe ganz viele Gegenden durchsuchen und sich die Zeit damit vertragen. Ja, dann danke ich fürs Zuschauen. Und wenn es dir gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein Gefällt mir, netten Kommentar, natürlich auch über ein Abo. Und ich freue mich ebenfalls, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist. Und bis das erscheint wünsche ich dir viel Spaß beim Selberspielen. Tschüss. Weibir, beibir, 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 beibir. Ja kann in ihren Beridan свидetE貴nd oder nirgendwenden inowi 5000 Punk PHILOSPEL,